Heide und Schüssel im Porsche, das war schon vor einigen Jahren im Jahr 2000. Mittlerweile schreiben wir 2023 die beiden nicht mehr in der Politik, aber ein abgefahrenes Interview in diesem Porsche, das können wir Ihnen liefern. Bei uns ist jetzt Helmut Kuss, der Experte für Oldtimer und generell für Autos. Sportwagen und Oldtimer sind mein Metier, immer schon gewesen. Und warum dieser besondere Wagen, den man vor allem eigentlich aus der österreichischen Politik und Zeitgeschichte kennt? Ja, das ist eigentlich ein netter Zufall, der sich ergeben hat, ein Freund von mir möchte ihn verkaufen, weil er ein anderes Auto bei mir kaufen möchte und er dafür Platz braucht in seiner Sammlung. Und deshalb hat er mir angeboten und ich übernehme das jetzt für ihn, dieses Auto zu verkaufen. Was ist denn das Besondere? Könnte man sagen, dieser Porsche ist so eine Art Koalitions-Porsche? Das kann man sicher so nennen, weil es gibt ja diverse Fotos von den beiden Heide und Schüssel hier im Auto. Offensichtlich sehr guter Laune, zumindest auf den Fotos immer smilend. Also insofern war es entweder das tolle Fahrgefühl in dem Auto oder die guten Koalitionsverhandlungen. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Damals ist es ja in der Koalition volle Fahrt voraus. Die Bilder sind damals über die Landesgrenzen hinausgegangen. Wenn diesen Wagen jemand erwerben will, was muss er beachten außer dem Rechtsfahrgebot? Ja, im Grunde ist es ein tolles Auto. Es ist voll ausgestattet. Also Jörg Haider hat, glaube ich, alles angekreuzt, was es an Ausstattungsdetails gegeben hat. Und das Lustige ist, auch wenn das Auto schon relativ alt ist, es kann schon alles. Er hat schon Airbags, er hat schon ABS, elektrisches Verdeck, Volllederausstattung. Also alles, was man sich wünscht in einem Cabriolet, in einem alten Sportwagen. Und er fährt sich auch wie ein neues Auto, wie ein neuer Wagen. Der Nach-Nach-Nach-Nachfolger von Haider ist ja gern auch mit dem Pferd unterwegs. Herbert Kickl, wie viele Pferdestärken, wie viel PS hat denn dieser Wagen zu bieten? Dieses Auto hat 300 PS. Das ist der erste Wasserboxer, den Porsche hergestellt hat, der also auch schon viele neue Details hatte im Hinblick auf die Abgasreinigung. Das war ja primär das Thema, warum sie von Luftkühlung auf Wasserkühlung umgestiegen sind. Und hier ist halt alles schon Katalysator gereinigt und fast CO2 befreit. So Promi-Autos, unter Anführungsstrichen, kommen die besonders gut an. Ich kann mich erinnern, im letzten Jahr gab es den berühmten VW Käfer von Bruno Kreisky. Der wurde um über 80.000 Euro dann schlussendlich an den Mann gebracht. Da haben viele gesagt, der Wert liegt weit runter, aber es ist eben dieser Liebhaberpreis. Genauso ist es. Natürlich sind Promi-Fahrzeuge immer mit einem höheren Preis zu verkaufen. Warum? Einfach deshalb, weil es natürlich für jeden Sammler nett ist, etwas zu erzählen, indem man einfach sagt, okay, das ist das Auto, mit dem Jörg Haider und Wolfgang Schüssel seinerzeit gefahren sind und wo es viele Fotos gibt. Und das ist einfach viel lustiger als jeder andere normale Porsche 911 996. Wann ist denn der Jörg Haider damit gefahren? Ich glaube, das war zu einer Zeit, da war er noch gar nicht zum zweiten Mal Landeshauptmann, war Ende der 90er Jahre. Also er hat ihn im Mai 1998 gekauft und im Jahr 2002 wieder verkauft. Das heißt, er ist vier Jahre, also fast eine ganze Legislaturperiode gefahren damit. Er war, glaube ich, ein großer Porsche-Fan, denn Sie haben schon ein anderes Auto von ihm auch beworben. Ich habe vor zwei Wochen ein anderes Auto, einen 993, also das Vorgängermodell mit Luftkühlung für ihn, also nicht für den Herrn Haider, aber für einen Freund von mir verkauft. Den VW Freueto, den gibt es ja leider Gottes nicht mehr, mit dem er auch unterwegs war, den man natürlich auch gesehen hat. Aber ich glaube, dieser Wagen ist etwas ganz Besonderes für jeden und jede. Die Frage ist nur, kann sich das jeder leisten? Ist es wahrscheinlich ein Auto, wo man doch ein bisschen sparen muss? Das definitiv. Wir werden auch eine Online-Auktion durchführen, damit wir sehen, was unsere Klientel dafür bezahlen möchte. Wie kommt es da ganz allgemein an, wenn Sie mit Freunden und Bekannten sprechen, sagen, hey, ich habe da was ganz Besonderes, ein Auto, das ihr alle schon einmal im Fernsehen gesehen habt? Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich Leute, die politisch anders orientiert sind, die dann sagen, Helmut, wie kannst du so ein Auto verkaufen? Ich sehe das eigentlich völlig entspannt, weil mir ist es eigentlich ganz egal, wie man das vorher gehört hat und vor allem welcher politischen Gesinnung er angehört hat. Also insofern, mich kümmert das wenig und es gibt andere, die sagen, super, genial, bitte genau das Auto möchte ich haben, weil ich bin ein Fan vom Jörg Haider. Also es gibt beides. Es polarisiert. Also auf alle Fälle ist für den Fahrer, der das in Zukunft vielleicht einmal erwerben wird, bitte langsam fahren, 130 haben wir noch. Ich nehme an, der Wagen geht ein bisschen schneller, wenn man voll durchzieht. 280, 280 KMH. Also das in Österreich bitte nicht, wenn Sie diesen Wagen erwerben wollen, mit ihm in Kontakt treten. Wir sagen auch volle Fahrt voraus und damit wieder zurück ins Studio.